Das Porzellankabinett im Hausmannsturm im Nordflügel des Dresdner Schlosses ist eine originalgetreue Rekonstruktion. Einige Vasen und auch einzelne Konsolen haben den Krieg in Außenlagern überstanden. Aber das Turmzimmer selbst war nach den Bombenangriffen im Februar 1945 komplett ausgebrannt und eingestürzt. Aus der Zeit vor dem Krieg existieren hochauflösende Schwarz-Weiß-Fotos. Aber welche Farbe hatte der Raum? Es gibt eine eindeutige Beschreibung aus der Mitte des 18. Jahrhunderts, dass der Raum rot lackiert war. Und an einer der Konsolen konnte ich auch noch einen roten Farbton nachweisen. Das ist in dem Fall ein Zinnoberrot, ein Bergzinnober. Deswegen bin ich 100% sicher, dass wir den richtigen Farbton dort rekonstruieren. Und der Fußboden? Beim Wiederaufbau hat man Teile des Fußbodens geborgen. Die haben wir zunächst erstmal gar nicht als solche erkannt. Ich kannte aber dann die Kachelgrößen und habe dann Teile der Platten wiedergefunden. Das heißt, wir wussten dann, um welches Material sich es gehandelt hat. Ein Zöplitzer Serpentinit, also ein grüner Stein. Da sind wir aus dem Steinbruch gefahren, der gar nicht mehr offiziell betrieben wird. Und haben einen Stein gefunden, der dann für das Turmzimmer noch praktisch zur Verfügung steht. Dieser steht dann zu den zinnoberroten Wänden mit den Vergoldungen und den Spiegeln unheimlich edel. Das ist ein Zöplitzer, der dann für das Turmzimmer ist.